Marc Delon, mein Name von der IN Field Media Forschung. Wir führen nur eine kurze Befragung zum Thema Regionalsradio und Musikhören durch. Haben Sie bitte kurze Zeit für die Studie, ein paar Fragen? Für eine Stunde? Nein, eine Stunde nicht, um Gottes Willen. Ja, dann können wir das machen. Also wir sind es 50. Wie bitte? Dann können wir das gerne machen. Oh, das ist nett, das ist nett. Dann können wir loslegen. Oh, ich muss ein bisschen lauter machen. Ich muss ein bisschen lauter laufen. Ja, bei mir ist, ich höre das ein bisschen leiser. Eine Stunde. Ach so. Sie können mich jetzt besser hören, ne? Ich höre Sie gut. Okay, aber bei mir kommt ein bisschen leiser. Ich weiß nicht. Haben Sie einen Lautsprecher an, nehme ich an, oder? Was bitte? Haben Sie einen Lautsprecher an, oder so? Nee, sowas habe ich nicht. Am Fernseher, ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Okay, ja, damit ich jetzt, weil es bei mir ein bisschen leiser, okay, ich werde das jetzt. Ja, ja. Sie lauter. Gut, so, wir führen die Befragung nur in bestimmte Regionen durch. Bitte sagen Sie mir zuerst, in welchem Bundesland leben Sie, bitte? Ich wohne in Hamburg. Also gehört es wie Schleswig-Holstein, ne? Nee, Hamburg ist ein eigenes Bundesland. Das ist ja ein Stadtstaat. Aha. Also nur Hamburg, haben Sie gesagt? Ja, 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 Hamburg, ne? Das ist ja zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aber es ist ein eigenes Land, ne? Ne? Auch. Ja, ja. Okay, gut, Schleswig-Holstein. So, können Sie mir bitte die Postleitzahl geben? Nochmal bitte? Äh, Postleitzahl. Also bitte nur der Stadtbezirk, meine ich, der Postleitzahl. Ja, was denn jetzt? Ja, ich hätte gerne die Postleitzahl, damit ich natürlich jeden, weil wir führen immer so und allgemein, Schleswig-Holstein, also Postleitzahl nacheinander, wegen der Statistik. Ja, ja, 203, 59. 203, ja, 59? Ganz genau. Okay, eine Sekunde. Das ist Hamburg, Freie und Stadt Hamburg Mitte oder Altona? Das ist Mitte. Mitte, ne? Okay, habe ich, ja. Gut, so. Ja, in unserer Medienforschung und natürliche Untersuchung wählen wir als zufällig Personen aus, so wie heute, die mit ihren Meinungen und Einstellungen beeinflussen. Sie die unterschiedliche Entwicklung, vertrauen Sie diese wissenschaftliche Umfrage mit voll und ganz oder etwas oder teils teils oder eher nicht oder überhaupt nicht? Was war jetzt die Frage? Ich habe das nicht verstanden. Die Frage, vertrauen Sie diese wissenschaftlichen Umfragen für die Marktforschung, meine ich? Das sind teils, teils, ne? Teils, teils, ne? Dann, wer das in Auftrag gibt, ne? Ah, okay. Und wir führen mit Partner Horizon auch häufig auch Online-Umfragen durch. Bei Ihnen beziehungsweise auch Bilder gezeigt werden, Umfragen teilnehmen, wie Sie werden werden, paar App oder E-Mail zu Umfragen eingeladen und auch erhalten für Ihre Meinung manchmal paar Geld oder Gutscheine. Dürfen wir Ihnen dazu Informationen auf Ihre E-Mail-Adresse senden, damit Sie sich selber in Ruhe ein Bild machen können? Sind Sie die, die mir immer die ganzen Werbe-E-Mails schreiben? Ja, 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 bei E-Mail können Sie selber natürlich hier selber in Ruhe ein Bild machen können, wie man auch selber entscheiden, ob er Umfrage selber auch bei E-Mail machen oder so weit. Sie wissen heutzutage auch digital, man kann man auch Umfragen selber natürlich erstalten und man kann auch Geld verdienen oder auch Gutscheine oder so, ne? Das ist gut, ne? Sehen Sie? Ich habe ja viel Zeit, ne? Ja, haben Sie eine E-Mail, kann ich eintragen, damit Sie... Das ist in einem Wort zusammengeschrieben, bitte keine Werbung. Wie bitte? Bitte keine Werbung. Also die E-Mail-Adresse, meine ich? Ja, ja. Oh, ja, bitte keine Werbung. Genau, und dann 2024. 2024, ja. At gmail.com At gmail.com Ganz genau. Das ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja, ja. Oh, bitte keine Werbung, weil es ist hier Neue, das... Die habe ich mir extra gemacht. Nee, nee, nicht, dass ich jetzt meinen Job verliere oder so, wenn ich jetzt eintrage und natürlich... Gut, ich vertraue Sie, ja, ich habe das notiert. Das ist nur eine E-Mail-Adresse für alle Leute, die ich nicht kenne, ne? Weil auf meinem privaten Postfach, da kommt ja auch jeden Tag, möchten Sie eine Ziege kaufen, möchten Sie Viagra kaufen, Weltmeisterschaft im Meer... Nein, 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 wir verkaufen, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nein, mein Herr, also, wir verkaufen nicht. Ich bin eigentlich auch zu einem Strachgespräch eingeladen worden, da sollte ich quasi mit einer Wolke diskutieren, da habe ich mich aber geweigert. Mein Herr, also, wir verkaufen nicht und wir bieten gar nichts ein. Wir sind von Marktforschung Institut, ja, die empfiehlt, Sie können auch selber natürlich hier googeln. Und wir sind TÜV-zertifiziert Institut, staatlich angetragen, wir dürfen keine Daten annehmen, also keinen Namen, keinen Nachnamen, keine Adresse, gar nichts. E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier notiere, ne? Das ist nur für Ihre Zwecke, dass Sie nicht nochmal irgendwann telefonisch belästet fühlen oder so. Da können Sie selber natürlich hier reinschauen, weil diese E-Mail-Adresse schicke ich Ihnen gleich auch unsere Daten, damit Sie auch schauen, welche Umfragen oder welche natürliche Projekte Sie auch schauen und Ihre Antwort auf diese Marktforschung. Also, ich meine, also Umfrage oder so, da können Sie selber bestimmen. Aber, wenn Sie mir jetzt eine falsche E-Mail-Adresse geben und ich leite das weiter an unsere Kollegen, ne? Unsere Kollegen, natürlich, und dann wird diese Adresse also existiert nicht. Ja, die existiert, Sie können mir mal zum Schreiben, ich kann dann ja zurückschreiben. Also, Sie haben mir jetzt eine E-Mail-Adresse gegeben, bitte keine Werbung, wann ist 2024 at gmail.com. Ganz genau. Es ist jetzt wirklich, das ist auch Ihre E-Mail-Adresse, wenn ich fragen darf, bitte. Ja, siehst du, Sie können mir schreiben, ich schreibe Ihnen dann zurück. Warten Sie mal, ich schaue mal ganz kurz, bitte. Bitte keine Werbung 2024 gmail.com, das stimmt, ja. Da dessen suchen Sie bitte keine Werbung 2000.com. Gut, ich habe hier, also gib mir, hier bei Google, gib mir keine, also es wurde keine mit dieser, Suche, Umfrage, ja, Dokumente gefunden, über einstimmende Dokumente gefunden. Was heißt das? Ja, weil ich habe hier, also hier, ich habe das notiert, bitte, zusammengeschrieben, ein Wort, ne? Alles zusammengeschrieben, bitte keine Werbung 2024. Bitte, warten Sie mal, bitte keine Werbung. Okay, 2024. Gmail.com, ne? Ja, ja, genau. Nein, tut mir leid, also der Google gibt mir, leider, es wurde keine mit dieser Sucheumfrage über einstimmende Dokumente gefunden. Ich kann das leider nicht weiterleiten. Sie sollen mir eine E-Mail schreiben, keine Dokumente suchen. Nein, das wurde, ich habe gegoogelt, aber diese E-Mail-Adresse steht nicht im Google, nicht registriert, das meinte ich. Naja, bei Google kann man ja keine E-Mail-Adressen, geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse, dann schreibe ich Ihnen eine E-Mail. Sind Sie, und das ist unser Problem jetzt, ne? Ne, wenn Sie, wenn Sie meine normale E-Mail-Adresse bei Google reinschreiben, dann finden Sie die auch nicht. Sie sollen das E-Mail-Programm aufmachen und mir dann eine E-Mail schreiben. Das kann ja nicht zu viel sein. Nein, nein, so funktioniert nicht. Wenn ich jetzt eine E-Mail angebe, dann taucht auch die E-Mail beim Google. Quatsch. Dann geben Sie mir doch Ihre E-Mail-Adresse. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich darf gar nichts falsch machen. Geben Sie mir doch Ihre E-Mail-Adresse, dann kann ich Ihnen schreiben, dann sehen Sie das. Deswegen schicke ich Ihnen unter diese E-Mail-Adresse auch unsere E-Mail. Deswegen, das ist ein System, ja, und wir natürlich hier, wie Telefon auch, die Telefonnummer, es wird auch durch Zufallverfahren auch gewählt. Das ist ein System, der wird auch nicht gezählt. Und außerdem, wenn ich jetzt die E-Mail-Adresse von Ihnen angebe und dann weiterleiten an unser System, dann taucht bei Ihnen auch eine Einladung mit unserer E-Mail, ne? Verstehen Sie, was ich meine? Ja, haben Sie die E-Mail-Adresse jetzt schon rausgeschickt? Nein, 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 hier steht ja bei mir, also gibt es keine... Natürlich gibt es das, ich habe jetzt gerade das Konto offen. Dann haben Sie es falsch geschrieben, da kann ich ja nichts dafür. Nein, nein, falsch geschrieben. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute. Sollen wir es mit einer anderen Adresse versuchen? Andere Adresse? Ja. Wie meinen Sie jetzt, jetzt haben Sie eine andere... Ja klar, vielleicht ist das Wort ja einfach zu schwer, ich weiß es ja nicht. Haben Sie eine andere E-Mail-Adresse? Ja, ja, Telefon, wie das Telefon. Mhm. Okay. Und dann das Wort Ziege, wie der Ziegenbock. Alles zusammengeschrieben. At gmail.com. Telefonziege.at gmail.com. Gut. Da ist aber irgendwas bei Ihnen im Computer nicht richtig, wenn er das nicht findet. Okay, so, äh, ich wünsche Ihnen alles Gute erst einmal und bleiben Sie heil und gesund. Ich habe hier eine Warteschleife, weil ich habe auch Termine und so weiter. Ja, kann ich... Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Und das ist meine, äh, kostbare Zeit ist das, ja. Kostbare Zeit. Weil wenn ich jetzt, äh, sowas jetzt notiere, und, äh, ich glaube, Sie, Sie sorgen dafür, dass Sie, dass Sie meinen Job auch, dass ich meinen Job verliere, ne. Und das finde ich nicht in Ordnung. Irgendwie sind Sie ziemlich panisch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Sind Sie kriminell? Das ist das Wichtige. Das wünsche ich Ihnen trotzdem, auf jeden Fall, ne. Ich meine, die Telefonnummer, der Sie angerufen, ist ja schon falsch. Was war das denn jetzt, Alter? Ganz komische Nummer. Hat das irgendeiner schon mal gehabt? Sowas habe ich noch nicht erlebt.